Ich hab hier ein Unter-der-Map-Glitch für euch. Ihr müsst hier einfach genau hier an den Stahlwand platzieren. Dann müsst ihr diese Stahlwand einfach mal abbauen. Und jetzt passt auf, Leute. Ich glaub, einen einfacheren Unter-der-Map-Glitch gab es noch nie in Fortnite. So, Stahlwand ist jetzt gleich weg. Zack, und jetzt passt auf. Ihr geht jetzt einfach hier in den Spalt rein und zack, ihr seid unter der Map. Ja, also einfacher ging's, glaub ich, nicht. Ähm, benutzt das Ganze bitte nur in privaten Lobbys, nicht im Battle Royale. Das Ganze dient ja wirklich nur zur Unterhaltung. Und ihr seht, einfacher konnte man, glaub ich, nie unter die Map kommen.